Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon. So, ein wenig beruhigt habe ich mich... Naja, nicht wirklich. Wir gehen einfach weiter. Denn im letzten Part sind uns ja ein paar unangenehme Sachen aufgefallen. Hm, du bist gut, nicht wahr? Ja, das stimmt. Zum einen gibt unsere Mutter unser ganzes Geld aus, was wir für die Pokémon-Liga dringend bräuchten, denn unsere Pokémon sind... ...nicht gerade gut. ...die stinken schon gegen diese Trainer hier draußen total ab. Konter! Wenn wir es überleben, dann war es gut. Wenn nicht, dann nicht. Oh, wir überleben es. Okay, das wird doch nicht so viel abziehen. Ich habe damit gerechnet, dass es wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr abzieht. Ähm, Gegenschlag wäre echt super. Schlitzer. Das Überleben... Ja, jetzt kommt der Volltreffer. Jetzt kommt der... Ja... Okay. Kraut. Dein Einsatz. Du bist immer noch unser schwächstes Wesen. Du brauchst unbedingt eine Pflanzenattacke. Blättertanz oder sowas. Aber ich glaube das... Ich weiß gar nicht, ob du das kannst oder ob du Giflor das lernst. In den Kommentaren stand, du lernst von alleine Solarstrahl. Aber ich hasse solche Attacken wie Solarstrahl, wo man erstmal eine Runde vorher warten muss. Und derzeit werden wir doch ratz-pratz weggehauen von jedem beliebigen Pokémon. Ah, verdammt nochmal. Aber Gigasauger oder Megasauger, wenigstens sowas. Aber nein. Wie ich dachte. Schön. Okay. Wir haben jetzt auf dem Weg bisher zweieinhalb Pokémon verloren. Okay. Das kann nicht gut enden. Wir schaffen nicht mal die Brücke zu Ende, sag ich. Sag nichts! Lass mich raten, woran du denkst. Hm. Ich weiß, du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Ach, wirklich? Ist das nicht der Weg zur Pokémon-Liga, in die ich gehe? Nicht? Hm. Komisch. Nein, Herr Stami. Du kannst Psychokinese, dann sind wir sowas von am Arsch. Konfu-Strahl. Probieren wir es damit. Erstmal aufzuhalten. Ich denke, eine Psychokinese könnten wir überleben, eventuell. Okay, Blub-Strahl. Nur. Zieht wie viel ab? Okay. Selbst Blub-Strahl zieht relativ viel ab. Also könnte es mit, ähm, der Psychokinese doch recht hart werden. Okay. Flügelschlag. Okay. Den Konfu-Strahl hätten wir uns auf jeden Fall sparen können. Zwei Flügelschläge hätten gereicht. Den hätten wir zumindest dem Tackle ausweichen können. Das verhindern können, dass wir getacklet werden. Weil Tackle ja bekanntlich die stärkste Attacke ist. Immerhin stärker als Absorber. Okay. Girafarig. Ist doch auch schon wieder Psycho. Kein Wunder, wenn wir gegen den Psycho kämpfen. Ähm. Ja, haben wir Großauswahl. Der eine kann nichts. Der andere ist nicht gerade der beste Gegner für ein Psycho-Pokémon. Bleibt ja nur noch Money. Okay, wie wäre es als erstes mit Kopfnuss? Rein, um es zurückschrecken zu lassen. Was leider nicht klappt. Okay. Das Girafarig hätte aber Konfusion gekonnt. Und das hätte wahrscheinlich sehr schmerzhaft ausgesehen für unser Batman. So, jetzt schreckt zurück. Nö, immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay. Okay. Alles super. Alles super. Kommt ja nur noch ein Pokémon. Das ist wahrscheinlich ein Lamus oder sowas. Und es ist ein... Ohwei. Okay. Ohwei ist super. Dann kann wenigstens Batman wieder kämpfen. Ja. Leider bekommt unser Nervsauger hier jetzt kein Training. Und wer ist noch gestorben? Genau. Ähm. Drago. Die bräuchten beide Training. Drago um sich... Naja. Vor der Pokémon League wird das mit weiterentwickeln eh nichts mehr. Bei weitem nicht. Wir können glücklich sein, wenn es sich am Ende dieses Let's Plays weiterentwickelt. Das ist zu viel. 1088 Pokodollar. Okay. Und der nächste Trainer. Du solltest die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Ich unterschätze vor allem die wilden Trainer hier nicht. Die machen mich fertig. Okay. Ast-Trainer. Bär. Bär. Nein. Ich tue wieder ein Starmie. Okay. Wir wissen immerhin, dass wir mit Flügelschlag eine Menge ausrichten müssen. Wir können deswegen fliegen, wenn die Lüfte. Weil Fliegen ja bekanntlich noch stärker ist. Ich hoffe, wir treffen auch. Sehr gut. Und einen Blubstrahl werden wir noch aus... Was? Ist Fliegen nicht stärker als Flügelschlag? Meiner Meinung nach schon. Dachte ich, oder? Hm. Keine Ahnung. Volltreffer ist egal. Fast Level 35 erreicht. Und jetzt kommt Nidoqueen. Da tauschen wir. Auf Money. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Level 33. Bald haben wir auch so ein ähnliches Pokémon. Unser Nidoking. Dem steht ja auf jeden Fall nichts mehr im Wege. Nachdem wir jetzt den Mondstein haben. Hätte ich das vorher gewusst, dass wir den Mondstein hier finden, hätte ich es wahrscheinlich noch mittrainiert. Doch, ich denke schon. Wenn es sich jetzt erst so im 30er-Bereich entwickelt hätte, das wäre ja auf jeden Fall nicht schlimm. Das muss sich ja nicht immer gleich auf Level 16 entwickeln. Doch, das hätte ich dann, denke ich, schon gemacht. Nochmal Starmie. Wie viele... Warum haben die hier alle Starmies? Ja, komm, probier. Kann Batman wieder machen. Dann erreicht er wenigstens noch das nächste Level. Und zwar 35 dürfte das sein, oder? Ja. Flügelschlag. Oh, wir haben doch Biss. Biss ist doch sehr effektiv. Oder nicht? Ist das nicht Wasser-Psycho? Oh, sag mir nicht, dass ich doof bin. Oh, warum ist es denn jetzt schneller? Jetzt wird es knapp. Okay, Biss muss ausreichen und sehr effektiv sein, vor allem. Ist... Volltreffer ist sehr effektiv. Nett. Level 35. Okay, ein bisschen gesteigert von den Werten, natürlich. Oh, du bist viel zu stark. Das sagst du, nachdem du fast all meine Pokémon ausgeschalten hast. Okay. Money muss jetzt nach vorne. Leider Gottes. Ich weiß nicht, wo wir unsere Pokémon wiederbeleben könnten. Wahrscheinlich kommt jetzt hier gleich der nächste Trainer. Beziehungsweise es kommen noch eine Menge Trainer. Nehme ich mal an. Und hier toppe Leber oder sowas einzusetzen, ist einfach pure Verschwendung. Oh, wo geht's denn hier lang? Ach, ist das nur eine Abkürzung oder gibt's hier irgendwie ein verstecktes Item? Ich hoffe doch. Sonst war das ja voll unnütz. Das Surfen. Hm. Moment, wir haben ja den Detektor. Ich mag den zwar eigentlich nicht, weil man den immer raussuchen muss erst. Und dann hat man meistens ja doch kein Glück. Ne, hier ist echt nichts. Das ist doof. Okay, wir könnten den Trainer überschwimmen. Wollen wir das vielleicht mal einmal machen? Oh Gott, das sieht hier noch sehr viel Action aus. Nein, wir lassen jetzt den Trainer... Also wenn, dann wäre ich sowieso zurückgegangen. Allein wegen dem Training. Aber lass uns das jetzt einfach durchziehen. Und versuchen, irgendwo hinzukommen. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Glaub mir, wenn du gegen mich verlierst, hast du keine Chance. Weil ich schon keine Chance habe. Wahrscheinlich nicht mal gegen den ersten von den Top 4. Oh Mann. Baldorfisch, okay. Level 30. Ähm, beginnen wir mit Schaufler, denn du bist vom Typ Gift, glaube ich. Niedliches kleines Häufchen. Wenn sich so ein riesiges Alligator-Viech in den Boden gräbt, dann entsteht ein kleiner Sandhaufen. Für die Sandburg. Nadelrakete ist ja jetzt nicht gerade die stärkste Attacke. Von daher zieht es auch nicht so viel ab. Dauert eben nur eine ganze Weile. So, wie wäre es jetzt mit Kopfnuss zum Abschied? Gute Idee? Gute Idee. Gut, dann zeig mal, was du noch drauf hast. Denn das reicht im Moment auf jeden Fall nicht, mit Nadelrakete irgendwen zu beschießen. Noch ein Baldorfisch. Okay, ich habe fast die Vermutung, du hast nichts anderes mehr. Vielleicht ist es sinnvoller, erst Kopfnuss einzusetzen, weil es dann eventuell zurückschreckt. Und außerdem sowieso die Hälfte abzieht. Genau, und jetzt können wir gleich die nächste Kopfnuss hinterherballern. Und dann war es das. Sehr gut. Und wahrscheinlich hast du noch einen Baldorfisch. Ne, einen Goldking. Ach, wir hätten eigentlich auf Lubella wechseln können. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Kopfnuss. Okay, ist ausgewichen. Nochmal eine Kopfnuss. Ja, wie gefällt dir das, mein Freund? Dreschfliegel. War das nicht eine Attacke, die mehr abzieht, desto weniger KP man hat? War das nicht so? Wir wechseln jetzt mal auf Quapsel. Ja, da staunt ihr, was? Damit hättet ihr nicht gerechnet. Damit hättet ihr nicht gerechnet. Okay, Quapsel wurde besiegt. Tut mir leid, tut mir leid, Quapsel. Tut mir leid. Kraut. Versuch das jetzt mal mit deinem Absorber zu besiegen, um ein bisschen Erfahrungspunkte zu holen. Und vielleicht auch deine KP ein klein wenig zumindest aufzufrischen. Volltreffer sogar. 4 KP mehr. Dafür aber 618 Erfahrungspunkte. Angler Arthur wurde besiegt. Nein, nicht in diesem Kampf. Nein, nicht in diesem Kampf. Okay. Noch ein Trainer. Das sieht echt nicht gut aus für uns. Wow, sieh dir all die Orden an. Ich bin beeindruckt. Aber es reicht dir nicht... Sie... Was? Aber es reicht dir nicht, sie nur zu sammeln, oder? Das stimmt. Naja, doch. Eigentlich schon, wenn ich meine Pokémon so betrachte. Ich glaube aber, die Liga war auch relativ schwach. Weil es ja danach noch weiter geht. Ach du Scheiße. Kopfnuss. Du hast keine gute Verteidigung. Oh Gott, das war's dann für Manni. Shit. Und ich glaube, ihr wisst schon, was das bedeutet. Manni war unser Bestes. Wir sind schneller, oder? Wir sind schneller. Wir sind schneller. Wir haben Biss. Komm schon, mach sie fertig. Shit. Oh nooo. Nein. Ihr könnt ja es wagen. Mich zu besiegen. Haben wir eine einfache Beleber? Die können wir nämlich leicht nachkaufen. Top-Beleber will ich auf kein... Ja, wir haben eine Beleber. Für wen? Wer könnte sie am sinnvollsten gebrauchen? Hm. Schwierige Entscheidung. Batman ist wahrscheinlich schneller und würde noch zu einem Biss kommen. Das reicht aber nicht aus. Manni könnte vielleicht etwas mehr überleben und dafür haben seine Tacken nicht so viel Wumms wahrscheinlich. Nervsauger fällt weg. Denke ich. Weil er zu langsam ist und gleich tot wäre. Ja, er ist... Batman, ich schenke dir mein Vertrauen. Obwohl Manni vielleicht eine bessere Variante gewesen wäre. Konfusion. Oh, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Überleben wir noch mehr? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob Zerschneider jetzt überhaupt was bringt. Probieren wir es. Wir sind schneller. Sehr gut. Ah, doch. Sternschauer. Wir leben immer noch. Wir leben immer noch. Wir leben immer noch. Nochmal Zerschneider. Yes. Flinkklaue for the win. Wir hätten doch gewonnen. Wir hätten doch gewonnen. Mit Kraut. Seht ihr das? Wir hätten gar keine Beleber gebraucht. Hätten wir ihn nicht wiederbelebt, hätten wir einen Zug mehr gehabt. Vielleicht. Vielleicht. Wer weiß, ob das mit der Flinkklaue dann noch so hingehauen hätte. So, jetzt bist du aber tot. Bis. Und damit war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dich wieder zu beleben. Denn du bist schneller. Man muss das jetzt nur noch besiegen. Psycho Cedric wurde besiegt. Guter Kampf. Spannend, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. So, wir machen einen Rückzug. Oh, wir können nach Yoto fliegen. Das ist super, das wusste ich nicht. Dann hätten wir das gleich machen können. Okay. Auf zurück nach Yoto. Ich dachte, man kann bloß innerhalb von Yoto fliegen und innerhalb von Kanto. Gut, dass wir zurück uns ziehen konnten. Zurück uns ziehen? Ja, genau so. So, gut. Ich würde sagen, das reicht dann für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mach mich schon mal auf den Weg. Und wir sehen uns dann an der Stelle wieder, wo wir eben waren. Bis dahin. Und tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.